so guys welcome i know that you are here just about the which drops of course why why should you like me to listen actually about hey so die leon hier wir hatten gestern abend wieder einen takov tv live podcast und gestern war der fünfte dritte 2020 nur so für das video hier und das ist ein podcast den battle state selbstständig macht ohne eingeladene streamer und daran eben auch informiert über das was uns in den nächsten tagen wochen und monaten in takov erwartet und ja diese zwei stunden waren erneut sehr sehr informativ insbesondere auf die änderungen und neuerungen die uns mehr oder weniger kurz bevorstehen denn es ging maßgeblich um den bevorstehenden content patch station seit einer weile angekündigt ist eigentlich schon da sein sollte sich aber ein bisschen verzögert hat und ja jetzt kriegen wir also einiges an infos und ich habe mich entschlossen dafür wieder eine kleine zusammenfassung zu machen deswegen ich sag's von vornherein das sind zwei stunden wenn die in der gänze sehen will den link unten haue ich in die video beschreibung ich gehe davon aus der link ist auf twitch noch eine ganze weile gültig so dass ihr euch den podcast auch im gänze anschauen könnt ich habe den fokus wirklich jetzt für die zusammenfassung auf die beiden wichtigen highlights nämlich das weight system und die überarbeitung von interchange gelegt sicherlich sind noch einige andere sachen auch besprochen worden aber da gehe ich nicht so sehr auf ins detail weil ich denke das ist auch alles weiter weg so aber wie jetzt angefangen alles allererstes gab es ein kurzes update zur server problematik auf die audienste ist es ganz gut und alle große regionen hat eine rothe peak rush zu machen und was das bedeutet das bedeutet es bedeutet dass diese zeitgeistig sind es oft overloaden aber es bedeutet nicht dass alles Ich denke, es wird wirklich nicht gespielt, denn ich habe gerade gesagt, dass wir ein volles Kaltes reworkieren von Backend und neue Serversen und fixieren und wir brauchen viele neue Serversen und viele neue Serversen zu machen und ich hoffe, dass die Situation So Nikita beschreibt sehr umfangreich, was die Situation im Moment für Battlestate so schwierig macht. Und aktuell ist es so, dass in den letzten Wochen ca. 100 bis 150 Server zu der ganzen Backend-Infrastruktur hinzugefügt wurden. Die ist also gewaltig gewachsen. Und genau so ist es, das war schon im letzten Podcast zu hören, genauso verhält es sich mit dem Wachstum der Spielerzahlen, die nach wie vor, und wir haben jetzt schon März, pro Woche um ca. 10 bis 15% ansteigen. Und das ist etwas, womit die Entwickler nach wie vor zu kämpfen haben. Aber, so ist die Aussage von Nikita, die Dinge beginnen sich zu stabilisieren. Man hat es auch jetzt gemerkt in der letzten Woche in der Skip von Tarkov, wir haben immer noch die lange Wartezeiten im Matchmaking. Die sind teilweise sehr willkürlich, das ist mir auch massiv aufgefallen. Was wir allerdings nicht mehr so stark haben, ist eben, dass das Spiel ständig abstürzt, dass wir aus den Raids fliegen. Hier scheint sich also was zu bewegen. Er ist auch darauf eingegangen, dass eben durch diese Spiele, durch das Wachstum der Spielerzahlen, welches weltweit geschieht, es eben auch nicht nur diesen einen Peak am Tage gibt, wo quasi in Europa die meisten Spieler spielen, sondern dadurch, dass es eben weltweit in den verschiedenen Ländern, beziehungsweise großen Inballungszenten, gerade was USA, Mitteleuropa, Russland, Australien usw. betrifft, dass diese Peaks zeitversetzt sind und dass insgesamt so drei, vier Mal am Tag sie wirklich mit diesem besonders hohen Spieleaufkommen von Spielern, die gleichzeitig quasi das Spiel spielen, zu tun haben. Aber sie haben es angekündigt, sie arbeiten da weiter dran, sie sehen sich auf einem guten Weg, das Ganze jetzt in den Griff zu kriegen und wir hoffen einfach auf eine weitere Stabilisierung. Mehr können wir ja hier von außen sowieso nicht machen. So, dann wurde angesprochen ein Thema, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft hat, denn Nikita hat über Cheetah gesprochen und den Hinweis gegeben, dass durch den ganzen Erfolg, den Tarkov in letzter Zeit hatte, das Spiel auch wieder attraktiver geworden ist für zahlreiche Cheetah-Anbieter. Und hier aber gleich Entwarnung gegeben mit dem Hinweis BattleEye. Und das ist ja nicht nur, dass der Dienst BattleEye als Anti-Cheat vom Tag auf integriert wurde, sondern das Team, die Firma von BattleEye ist auch dafür verantwortlich, dass das Ding ordentlich läuft und seine Arbeit tut. Hier gab es sehr positives Feedback von Nikita, der meinte, die machen eine perfekte Arbeit, die bannen einen Haufen Leute und einen Haufen neue Cheats. Und ich kann das für mich aus meiner täglichen Spielerfahrung eigentlich nur bespätigen, deswegen habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, dass das Thema überhaupt angesprochen wurde, denn ich muss sagen, ich spiele Tag ein, Tag aus auf Auto-EU-Servern Cheetah in dem Sinne, dass sie mir in irgendeiner Weise ein Problem bereiten, was mich spürbar oder auch nur mäßig nerven würde, würde ich sagen, ist kein Thema. Aber es mögen Cheetah im Spiel sein, ja, vielleicht auch auf Laps einige mehr als auf den anderen Karten, aber auch das Mehr auf Laps scheint allgemein in so einem geringen Maße zu sein, dass wir hier lange nicht die Probleme haben, die wir sogar vor einem Jahr oder so hatten oder bis vor einem Jahr, bevor BattleEye eingeführt wurde. Für mich ist das Spiel nach wie vor hinsichtlich Cheats im besten Zustand, den Escape zum Tag auf je hatte. Daran hat sich eigentlich seit der Einführung von BattleEye nichts geändert. Und ja, damit, denke ich mal, können wir das Thema auch ruhen lassen. So, dann gab es eine Info, die gab es schon, glaube ich, zum DevBlog-Podcast zum letzten, dass Nikita informiert hat darüber, dass die Patch-Cycles auf monatliche Patches hinlaufen sollen, dass sie also wirklich vorhaben, monatlich neue Inhalte zu bringen. Das ist jetzt noch nicht so richtig gestartet, wird aber wohl mit dem kommenden Patch, dessen Patch-Notes vielleicht schon heute Abend online sein werden. Wir werden es sehen, auf alle Fälle wahrscheinlich an diesem Wochenende, langsam in Gang kommen soll. Der nächste Patch ist demnach der Patch 0.12.4 mit den schon angeteaserten Highlights, dem neuen Gewichtssystem und der Überarbeitung von Interchange. Darauf folgt dann wahrscheinlich 0.12.5 mit Fixes und Optimierung, beziehungsweise das soll der Fokus sein. Es werden wohl auch einige neuen Waffen kommen. So und alles Weitere werden wir sicherlich in zukünftigen Podcasts erfahren. In der Vergangenheit war es ja auch so, dass der Ausblick nicht so weit in die Zukunft immer gereicht hat, was kommt. Sie werden auf alle Fälle dazu übergehen, Features stückweise fertig zu machen und so schnell wie möglich ins Spiel zu integrieren und nur im Zweifel bei Bedarf dann eben nach hinten zu schieben. So, dann lasst uns jetzt aber mal zu dem eigentlichen Highlight kommen, dem ersten, nämlich dem neuen Gewichtssystem. Und das ist etwas, was sobald dieser Patch da ist, wahrscheinlich unmittelbar und wirklich deutlich spürbar unsere Rates komplett verändern wird, beziehungsweise wie wir in dem Raid spielen. Und der Hintergrund ist das, dass das Gesamtgewicht, was unser Charakter mit sich herumträgt, ab sofort spürbare Auswirkungen auf ganz viele Sachen hat. Das ist beispielsweise, und ich liste jetzt einfach nur mal in loser Reihenfolge auf, was hier genannt wurde, die Körperhaltung des Charakters. Wir können also bei, wenn wir mit richtig viel Übergewicht unterwegs sind, nicht mehr komplett aufrecht stehen. Der ganze Stamina-Verbrauch richtet sich massiv nach dem Gewicht und steigt Stück für Stück mit größer werdendem Gewicht, was wir mit uns herumtragen, steigt sukzessive der Verbrauch der Stamina. Die Laufgeschwindigkeit wird unmittelbar beeinflusst, einschließlich des Rennens. Die Sprunghöhe wird vom Gewicht beeinflusst werden. Sobald wir Übergewicht haben, können wir nicht mehr so frei springen. Die Größe des Fallschadens wird abhängig vom Gewicht sein. Wir werden also zusätzlichen Schaden bekommen, wenn wir mit einem großen Rucksack voller schwerer Sachen irgendwo runterfallen. Es gibt generell einen Einfluss auf die Agilität des Charakters. Das betrifft insbesondere den Übergang vom Lauf in den Sprint. Das ist also nicht mehr so, dass wir einfach die Shift-Taste drücken und unser Charakter rennt los, sondern da wird es eine Übergangszeit geben, in dem der Charakter beschleunigt. Und diese Beschleunigung ist massiv abhängig davon, wie viel mit uns herumtragen. Und dann geht es weiter. Die Fähigkeit des Charakters beispielsweise, seine Waffe ruhig zu halten, wird auch davon beeinflusst, inwieweit unsere Stamina quasi für das einfache Aufrecht gehen und das Tragen des Gewichtes schon drauf geht. Und wir werden mit größer werdenden Gewicht Schwierigkeiten haben, unsere Waffe ruhig zu halten. Und nicht zuletzt, auch das war schon lange in der Diskussion, die Lautstärke all unserer Bewegungen, wahrscheinlich sogar das Atmen des Charakters, wird Einfluss auf das Gewicht haben. Es gibt eine ganze Menge Informationen, wir gucken uns gleich auch noch die Sachen im Video dazu an. Einiges hat Nikita gesagt, müssen wir auch selber rauskriegen. Ich meine, das kennt man mittlerweile von Battlestate, dass da immer ein bisschen Entdeckungsdrang notwendig ist seitens der Community und wirklich alles rauszubekommen, was sich ändert. Und ja, so zuerst sichtbar wird die neuerdings geteilte Stamina-Bar. Die Stamina-Bar ist immer links unten in der UI eingeblendet und ist ab sofort unterteilt in die Hand-Stamina, die Auswirkungen hat auf eure Hände bzw. Arme und die sogenannte Base-Stamina, die auf den ganzen Körper bzw. auf das Laufen Einfluss hat. Und es ist also so, wenn ihr eure Waffe ins EDS nehmt oder wenn ihr mit einer Axt schlagt, dann geht als allererstes die Hand-Stamina, das ist der blaue Balken, nach unten. Und wenn der aufgebraucht ist, dann geht es weiter mit dem grünen Bereich, nämlich dann geht es an die Base-Stamina und dann wird auch die aufgebraucht. Aber wir haben auf alle Fälle beispielsweise schon mal diesen Effekt nicht mehr, dass einfach nur, weil wir irgendwo sitzen, mit unserer Waffe ins EDS gehen und dann von einem Gegner überrascht werden, wir auf einmal nicht mehr wegsprinten können, uns in Sicherheit bringen, einfach nur, weil unsere Stamina schon so weit unten ist, dass das alles nicht mehr geht. Sondern jetzt hat man sehr klar einen Überblick, wann sollte ich meine Waffe mal aus dem EDS nehmen, wann braucht mein Charakter eine kurze Erholung und wann wirkt sich das Ganze eben wirklich auf das Laufen aus. So, dann haben wir ab sofort zwei Grenzen für das Übergewicht und ich denke, diese Grenzen, so klang das an, sind nicht fix, sondern sie sind abhängig vom Stärkeskill und ausgehend von Stärke 0 ist die erste Grenze, liegt bei 40 Kilo. Oberhalb von 40 Kilo wird das definiert als der Charakter trägt ein mäßiges Übergewicht und oberhalb von 60 Kilo ist es dann wirklich großes oder massives Übergewicht. So, das sind allerdings eben keine scharfen Grenzen oder kein Umschalter, von wegen alles unter 40 Kilo ist super und tutti und alles geht flüssig und oberhalb von 40 schaltet das Spiel quasi um und gibt uns die ersten Debuffs mit auf den Weg, sondern es klingt so, als wäre das alles sehr fein aufeinander abgestuft. Hier gibt es viele Zwischenstufen, sowohl zwischen 40 und 60 Kilo. Ich denke mal, ab 40 wird das anfangen mit den Debuffs, aber auch auf dem Weg zu den 40 Kilo wird der Charakter schon, werden Änderungen spürbar sein, sodass es also von 20, 40, 60, 80 Kilo jeweils mehr oder weniger fließende Übergänge geben wird und wir eben nicht quasi Gewichtsoptimierung im Rate machen können, von wegen nehmen wir mal das Item noch mit raus oder nicht mit raus, weil eben dann wir eine fiktive Grenze von irgendwas überschreiten. Das wird, denke ich mal, so einfach nicht möglich sein. So, für das starke Übergewicht wird es so sein, dass das Sprinten komplett unmöglich ist, wir eine gedrungene Körperhaltung haben und das wird schon wirklich heftig sein, denn der Charakter wird zukünftig bei starkem Übergewicht selbst im Kriechen Stamina verbrauchen, selbst das Hinlegen und das Aufstehen aus dem Liegen, aus dem Hocken verbraucht Stamina. Der einzige Weg bei starkem Übergewicht, also wenn wir über 60 Kilo tragen und diesen Marker haben, wir sind in diesem Bereich starkes Übergewicht, der einzige Weg Stamina zu regenerieren, ist sich prone hinzulegen und sich nicht mehr zu bewegen. Oder eben wirklich Sachen zwischendurch abzulegen und den Charakter sich erholen zu lassen. Ansonsten ist die Stamina-Regeneration an der Stelle blockiert. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, haben natürlich deutliche Auswirkungen auf das Gameplay. Das Erste ist eben, was ich schon gesagt habe, dieser Übergang zwischen Normalgewicht, Medium-Übergewicht, maximal im Übergewicht, ist fließend, sodass wir hier einfach spüren werden, je mehr wir mit uns rumtragen, desto schwerer wird es sein, gewisse Bewegungen fließend durchzuführen. Offensichtlich heißt das ganz klar, sowas wie das Looten nach einem Fight passiert eben an der Stelle dann wirklich erst nach dem Fight, weil es wird sich wahrscheinlich so der Übergang sehr schnell dahin gehen, dass wir tunlichst vermeiden werden, wenn wir gegen drei Spieler kämpfen, zwei schon mal looten und die Waffen schon mal einpacken und dann erst den Kampf gegen den Dritten aufnehmen, weil das hat jetzt auf einmal massive Nachteile in unserer Beweglichkeit zur Folge. Aber es sind eben auch so eine Sachen, und die wurden dann auch angesprochen, das ganze Thema Bunnyhopping, dieses Zickzacklaufen mit der Tastatur, AD, AD, dieser Wechsel, diese ganz schnellen Bewegungen links und rechts teilweise, die werden alle, all diese Bewegungen werden ein bisschen ausgebremst, einerseits dadurch, dass man hat jetzt davon gesprochen, dass der Wechsel von Sprinten zum Laufen, beziehungsweise von Laufen zum Sprinten, nicht mehr einfach so von Animation A zu Animation B geschalten wird, sondern dass es hier quasi einen Übergang gibt und dass man wirklich als Charakter beschleunigt und je nach Gewicht beschleunigt man eben langsamer oder schneller. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch schon auf das Seitwärtslaufen Auswirkungen hat, beziehungsweise dass es vielleicht sogar später in die Richtung noch verstärkt wird, dass wir hier auch nicht mehr so einfach hin und her wackeln können. Das ist ja auch im Prinzip, das kennt man aus so vielen Shootern, dass diese Bewegungen letzten Endes dann genau durch solche Transitions zwischen verschiedenen Bewegungsrichtungen, zwischen verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten eingefügt werden, damit eben Charakter nicht einfach nur noch wild durch die Gegend zappeln können, um eben einer Kugel auszuweichen. So, ein weiteres Feature, was ebenfalls noch damit zusammenhängt, ist, dass der Erschöpfungsstatus und den führt Escape vom Tag auf ein, wann immer der Charakter zu häufig mit niedriger Stamina rumläuft. Sprich, wenn wir zu häufig zu viel tragen oder zu häufig zu viel sprinten, wird unser Charakter Erschöpfungssignale senden und das in einer Folge von einem nochmals verstärktem Abbau der Stamina. Das heißt, wir erholen uns schlechter und wir verbrauchen noch mehr Stamina. Das Spiel wird uns und auch viele Spieler, die es lieben, in Vollgas über die Karte zu rennen, mit Vollgas in jeden Fight zu gehen. Das Spiel wird wahrscheinlich hier uns zwingen, deutlich langsamer, deutlich taktischer zu agieren, weil man ansonsten sich diese Probleme vermutlich relativ schnell an die Backe zieht. Das System würde keinen Sinn machen, wenn das nicht innerhalb eines Raids innerhalb von wenigen Minuten Wirkung zeigen würde, weil ansonsten ist der Raid vorbei und man geht hier wieder raus. So, was ich eingangs schon angedeutet habe, das Gewichtssystem ist die Grundlage des später noch ausgebauten Gearsystems, wo es also darum geht, unsere gesamte Ausrüstung wirklich granular anpassen zu können, wenn wir also nicht mehr nur einfache Westen anziehen mit Rüstung oder ohne Rüstung, sondern wirklich die Westen dann auch individuell kombinieren können oder konfektionieren können, mit wie vielen Taschen wollen wir haben, welche Rüstungsplatten sollen reingesteckt werden und, und, und. Und das wird dann eben auch alles auf das Gewicht Einfluss haben. Genauso Einfluss haben Stimulantien, eben beispielsweise auf die Stärke, auf die Ausdauer. Und diese Stimulantien werden im selben Zug, wie jetzt dieses Gewichtssystem kommt, auch ein bisschen angepasst. Sie sprachen davon, Battle Stage sprach davon, dass die Wirkung wohl um 20 bis 30 Prozent stärker werden soll, damit man eben genau diese Effekte, die jetzt hier durch das Gewichtssystem ins Spiel kommen, ein bisschen ausgleichen kann und diese Stimulantien, die Stims, wirklich ein bisschen mehr Wirkung haben. Denn bisher war das ja dann doch zum Teil relativ wenig, was man da gemerkt hat. So, damit sind wir hier durch. Und wir kommen zu den neuen Items, die dann im Anschluss vorgestellt wurden. Die will ich hier nur kurz nennen und werde es euch hier im Bild zeigen, bevor wir dann zu Interchange gehen, dem zweiten großen Block. So, und das ist die Splath Tartzan Rig, eine Rig mit einer ganzen Mengen Fächern, aber ansonsten keine Rüstung. Die kommt ins Spiel. Dann gibt es die Ars Armor Plate Carrier. Das ist eine neue Level 5 Carrier. Die schützt nur den Thorax, hat 60 Punkte, hat aber ein sehr interessantes Set an Taschen und wird, denke ich mal, die Tektek als Besterig damit ablösen. Dann kommt der LBT2670 Slim Mad Pack ins Spiel. Das ist ein Rucksack mit 35 Slots, der offenbar, so habe ich es verstanden, nur für Medizin da ist und damit vergleichbar mit der Medbox ist. Nur, es ist ein Rucksack. Inwieweit das dann sinnvoll ist, den dann in einem Raid zu nehmen oder den einfach quasi im Stash zu platzieren, um Medizin da drin zu verstauen, dass wir mal sehen müssen, viel mehr Informationen gab es dazu nicht. So, dann haben wir hier noch die Spiritus Systems Chest Rig. Das ist eine ganz einfache Rig mit vier Doppelslots als Weste für den Einstieg. Dann gibt es einen weiteren Helm, den Gallet 800. Das sieht aus wie ein weiterer Level 4 Helm mit den üblichen Anbauteilen, die man da heransetzen kann. Es gibt weitere Attachments oder Mods für die AK-Systeme. Ihr seht hier den roten Pistolengriff und die rote Schulterstütze. Das sind weitere Items. Diese seltenen Items sind Find and Raid only. Die wird man also nicht kaufen können, sodass es eben was Besonderes ist, wenn man sie dann mal hat. Für die SWD, auch hier nur kurz gezeigt, wird es weitere Modifikationsmöglichkeiten geben. Sprich, es gibt zwei neue Handguards. Es gibt ein neues Dufftailbound für die SWD. Und auf dem einen Bild seht ihr hier auch, dass der SWD am Lauf hier noch so ein kleines Teil angebaut werden kann, sodass da unten noch ein Laser oder sowas ran kann, zusätzlich zum Handguard. So, dann geht es weiter. Wir haben die Granatenbox, die ins Spiel kommt. Und die ist ordentlich groß, hat 8x8 Felder, also 64 Granaten passen da rein. Ich denke, das ist ordentlich. Dazu sind interessant, die schon im letzten Podcast gezeigten gecrafteten Granaten. Diese zwei Typen, die hier vorgestellt werden, haben sehr kurze Auslöseverzögerungen. Nämlich, die eine Granate liegt bei zweieinhalb Sekunden und die andere bei nur zwei Sekunden und ist damit ähnlich wie ein Flash. Ich glaube, die Flash-Drives, nee, die Flash-Drives, die Flash-Granaten haben auch zwei Sekunden. Und das heißt, mit diesen gecrafteten Granaten, die sollen zudem irgendwie, scheinbar soll es die auch zu kaufen geben, weil Nikita sagte, die sind billiger als die AGDs. Mit diesen Granaten dürfte es einfacher sein, Granaten-Kills zu kriegen, weil eben durch die kürzere Auslöseverzögerung der Gegner nicht mehr die Möglichkeit hat, mal wegzusprinten. Tja, wir werden aber sehen, wie das Ganze funktioniert. So, dann wurde ein neues Headset vorgestellt, nämlich das Walkers Razer Digital Headset. Auch dieses soll Find-in-Raid-only sein und soll nur von Bossen und Raidern getragen werden. Was es nachher bringt, werden wir sehen, es klingt so, Nikita hat Andeutung gemacht, aber wirklich nur ganz vage, dass, ja, irgendwie muss es ja was Besonderes sein, was den Sound angeht, wahrscheinlich vielleicht noch Windgeräusche und sowas besser filtert. Lassen wir uns überraschen. So, dann, ich hoffe, ich habe das Bild noch hier, die Slick Body Armor, eine ganz leichte Level 6 Armor, kommt hinzu, 60 Punkte, Lebenspunkte, schützt wohl auch nur den Thorax und kann eben mit einer normalen Weste kombiniert werden. Auch die kommt ins Spiel. So lange gibt es für jede Fraktion für Bear und Jusick noch einen Satz neue Klamotten. Für die Bears hier so ein gestreiftes Hemd, für die Jusicks soll es wohl Karibikhemden geben und dann jeweils noch eine Hose. sehe ich jetzt nicht so wichtig an. Deswegen gehen wir hier einfach weiter und, ja, dann wird angedeutet, ohne dass es jetzt mit weiteren Bildern versehen wurde, es soll eine Reihe neuer Tauschgegenstände geben. So, und damit kommen wir zum zweiten Highlight dieses Podcasts, nämlich der Demonstration einiger der Überarbeitungen, die Interchange erfahren hat. und das ist offensichtlich eine ganze Menge mehr, als sie uns einerseits zeigen und ich denke auch mehr, als wir erwarten konnten. Die größte Änderung betrifft dabei das Licht und das hat sich offensichtlich weniger in der Technik geändert, wie es gerendert wird, sondern vielmehr in der Technik, wie es denn im Spiel implementiert wurde. Ich spreche davon, dass Lichtquellen nämlich jetzt sehr viel dynamischer sind. Das heißt, wir können einen Großteil der Lichtquellen in der Map Interchange in Zukunft ausschießen. So, ihr seht das hier gerade, der hat einen Strahler ausgeschossen und das nächste Coole ist, dass offensichtlich die Mall in der Nacht zunächst erstmal komplett im Dunkeln liegt und ihr oder wir in Zukunft optional das Licht hier im E-Werk beziehungsweise den Strom, nicht nur das Licht, den Strom für die gesamte Mall wiederherstellen können, indem wir hier diesen Schalter aktivieren. Und es ist jetzt noch nicht so richtig für mich ersichtlich gewesen, ob man das auch wieder deaktivieren kann. Es wäre extrem interessant. Ich weiß allerdings genauso wenig, ob man da einfach jetzt sich da jemanden hinstellen kann und ein, aus, ein, aus die restliche Spielerschaft trollen kann oder ob man vielleicht da einen Cooldron darauf hat, sodass man das eigentlich nur alle Minuten lang ändern kann. Wir werden es ausprobieren müssen. Die Entwickler sagen uns hier definitiv nicht alles, aber Lichtquellen ab sofort dynamisch. Und das nächste richtig Coole seht ihr eben hier. Es ist eben nicht nur die einzelnen Strahler draußen, die man ausschießen kann, sondern ihr seht es jetzt hier. Hier werden auch gerade die ganzen Neonlampen im Hauptgang von der Ultramall einfach mal so ausgeschossen und das Licht reagiert dynamisch. Und das kann schon für ziemlich coole Momente im Spiel sorgen. Und ich kann nur sagen, ich will das bitte auch auf Shoreline und dass ich endlich in der Nacht diese bescheuerten Strahler im Westflügel ausschalten kann, die auf Shoreline verhindern, dass man da nachts sinnvoll mit einem Nachtsichtgerät arbeiten kann. Aber hier geht es los. Auf Interchange haben wir das erst mal. So. Und es kommt noch mehr Dynamik in das Spiel. Denn neben dem Licht gibt es Alarmsysteme ab sofort. Und zwar für den Kiba wurde das Alarmsystem bestätigt, aber nicht gezeigt. Stattdessen zeigen sie uns hier zwei Läden, die entsprechende Alarmsysteme haben, die offensichtlich auch schon aktiv sind. Die muss man also nicht erst aktivieren, indem man da irgendwie einbricht, sondern ihr seht, der Alarm leuchtet hier von Anfang an und auch so ein Signalton ist zu hören. Noch nichts allzu sehr weit, aber da sprechen sie gerade schon noch davon, dass sie den wahrscheinlich noch ein bisschen im Umfeld besser hörbar machen. Es scheint so, dass eben einige Räume dann nicht nur, dass wir als Störquellen nicht nur die Generatoren haben, die hier und da stehen und dafür sorgen, dass man nicht so gut hören kann, was sonst so auf der Karte losgeht, sondern dass auch einige dieser typischen Läden, in die man reingeht, mit solchen Alarmsystemen ausgestattet sind. Und Kiba, wie gesagt, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so ohne weiteres, ohne Lärm öffnen lassen. Ich bin gespannt, was wir da noch zu sehen bekommen. So, was ebenfalls fehlt, war ein Hinweis, wie die neuen Exits aussehen sollen. Wir wissen, es kommen neue Exits, einzig und allein. Hier ist wieder das alte Mantra von Battlestate. Das möge die Community bitte selbst rausfinden. So, und weil es beim letzten Mal schon gefragt wurde, auch hier bei meinem Video zur Zusammenfassung des 08er DevBlog Podcasts, habe ich hier jetzt noch mal drauf geachtet, denn abschließend, nach der Vorstellung der Interchange-Überarbeitung, gab es noch mal ein kleines Q&A und da gab es auch die Frage zum Stand von Steam Audio und da sind sie dran. Und sie haben auch erklärt, warum es noch nicht da ist, denn der Entwickler, den ihr hier jetzt die ganze Zeit im Video gesehen habt, der neben Nikita sitzt und sowohl das Wait-System als auch die Interchange-Map vorgestellt hat, ist nämlich gleichzeitig einer der Hauptentwickler bei Battlestate, einer der fähigsten Leute offensichtlich. Und er hat massiv oder in erster Linie an genau diesen beiden Systemen gearbeitet, nämlich an dem Wait-System und an der Interchange-Überarbeitung, an der ganzen Dynamisierung der Lichter. und er war gleichzeitig zuständig für die Implementation von Steam Audio und deswegen haben sie das ein bisschen ausgegliedert, da noch jemand anderen mit ran gesetzt und deswegen ist das alles von der Zeit hier ein Stückchen nach hinten gerutscht. Zusätzlich haben sie gesagt, Steam Audio ist auch kein Selbstläufer. Es gibt einige Probleme, die sie nicht selber lösen können, wo sie im Moment die Zusammenarbeit mit Valve suchen, um das so zu implementieren, wie sie es möchten. Mit einem Satz war aber gesagt, der Sound wird mit Steam Audio auf ein neues Level gehoben werden. Von der Klangqualität ist er jetzt schon top, von der Positionierung, das wissen wir alle, gibt es die Probleme, die werden sicherlich, das ist auch die Priorität, die Ortungsgenauigkeit für Geräusche im Spiel zu verbessern. Es sind auch eine ganze Menge weiterer Sounds noch bei Battlestead vorhanden, die noch ins Spiel implementiert werden wollen. Sie haben also viel, viel mehr noch aufgenommen, sodass sie das Ganze wahrscheinlich auch noch die Geräuschkulisse, die Materialien, auf denen wir laufen, viel differenzierter darstellen können, aber alles nacheinander. Sie rechnen damit, dass sie zum nächsten Podcast, war noch immer der erste, ich denke mal ungefähr in einem Monat, uns eine kleine Demo vorführen können, um zu zeigen, wie das Ganze dann funktionieren wird. Und ja, darauf freue ich mich. So, und dann bin ich im Prinzip mit den Punkten durch, die ich euch als Zusammenfassung von diesen zwei Stunden hier präsentieren wollte. Für mich war es das demzufolge. Ich hoffe, wir sehen heute noch die Patch Notes. Das Video, sobald ich es jetzt fertig geschnitten habe, geht es heute noch auf YouTube hoch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es heute Abend sehen und hören könnt. Und vielleicht haben wir dann schon die Patch Notes für 0.12.4. Spätestens dann aber, denke ich mal, Anfang nächster Woche. So klang das jetzt. Und ich hoffe dann auch, dass 0.12.4 selbst möglichst schnell zum Download bereitstehen wird, denn darauf warten wir dann jetzt schon eine ganze Zeit. So, und das war es von mir. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, heute spätabends im Stream. Ich bin heute ab 22.30 Uhr wieder da. Davon gehe ich im Moment aus. Ich habe nachher meinen Fußball. Und am Wochenende, sondern am Sonntag, wird es wahrscheinlich auch Streams geben. Von daher, kommt vorbei, schaut rein und lasst uns ein bisschen Tag aufzocken. Und damit sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.